Musik Hören Sie auf damit rumzuspielen! Ich muss Sie nur noch richtig scharf stellen. Geben Sie mir endlich die Berechnungen für die Sequenzwandler! Sofort! Hier, die sind schon überprüft. Ob es da wohl regnet? Achtung! Bereithalten! Und? Haben Sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere, Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen. Schauer! Schauer! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und, äh, ja. Wie gesagt, wir machen gleich mit den Sowjets weiter. Also diejenigen von euch, die tatsächlich hier das erste Mal reinschauen, das Spiel vorher gar nicht gesehen haben, für die werde ich das Spiel dann auch gleich nochmal ein bisschen erklären. Obwohl sich das eigentlich, wenn ihr Tiberium-Konflikt schon geguckt habt, so ein bisschen selber erklärt. Aber okay, ich werde es trotzdem gerne nochmal für euch dann erklären, für die Leute, die es nicht geguckt haben bei der Allianz. Werde ich ansonsten nochmal in der Play-, äh, unten in der Videobeschreibung verlinken, Playlist und den ersten Part, falls ihr also gucken wollt. Und, äh, das Intro, das ihr übrigens gerade gesehen habt, ist tatsächlich die zensierte Version. Äh, es gibt dazu eine unzensierte Version. Könntet ihr bei meiner Allianz-Seite sehen oder aber auf meinem, äh, Zweitkanal Viperfan91, also ViperfanLars91, Zockerbude. Mit Bindestrich dazwischen, aber ich habe jetzt lange genug geschnackt, deswegen starten wir jetzt ein neues Spiel. Und wir spielen auf normal, und zwar mit den Sowjets. Gradenko, wie lange hat es gedauert, bis die Wirkung eintrat? Können wir hier offen reden? Natürlich. Machen Sie schon. Die Einwirkungszeit hängt von der Panzerung der Cyborgs ab. Bei den Mechanobots hat es weniger als 15 Sekunden gedauert. Bei einem Schütze zwei Cyborgs länger, zwischen 18 und 42 Sekunden. Keine resistenten Cyborg-Typen? Keine Genosse Stalin. Zerstörung insgesamt? Ähm, etwa 110. Meine Geheimdienstinformationen sprechen von 128 Cyborgs in diesem Depot. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Ungenaue Geheimdienstinformationen? Genug jetzt. Beginnen Sie mit der Produktion der Waffe. Ist bereits angelaufen, Genosse Stalin. Hier übrigens ein Neuzugang. Ihre Beurteilung zufolge sollten Sie ja ganz brauchbar sein, Leutnant. Ich möchte diese Beurteilung erst sehen. Beschäftigen Sie den Leutnant mit der etwas wichtigen Gradenko. Das wäre dann alles, Gradenko. Verzeihen Sie, Genosse Kommandant, aber da wäre noch etwas. In der Gefechtszone von Torum sind wir auf eine getarnte alliierte Stellung gestoßen. Der Gegner bewacht die Zufahrtsstraßen zur Basis hier und hier. Was zögern Sie denn da noch? Vernichten Sie die Basis und alle Cyborgs darin. Komm, mein Täubchen. Ich habe einen Auftrag, der deiner ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Dann schauen wir doch mal, wie Sie sich anstellen. Begeben Sie sich nach Torum. Vernichten Sie alles dort. Hinterlassen Sie keine, keine reparierbaren Überreste. Das wäre dann alles. Okay. Das war die erste Miss... Also die erste Cutscene. Äh, ich rede hier jetzt einfach mal rein. Aus dem einfachen Grunde... Alter, schwer ist es laut. Ich mach mal ein bisschen... Leiser. Verstattungen sind eingetroffen. Oh Gott, ist das schnell. Was ist denn hier los? Noch ein bisschen langsamer hier. So. Äh, was wollte ich sagen? Es könnte sein, dass vielleicht Vereinzel-Cutzen fehlen. Aber als ich das getestet habe, tatsächlich... Sah das so aus, dass das tatsächlich wieder da ist. Also es gibt eigentlich eine Zensur bei der sowjetischen Kampagne für die PC-Version. Aber dank des Patches scheinen die tatsächlich auch gehoben worden zu sein. Was mich sehr freut. Verstattungen sind eingetroffen. Also ihr seht richtig, wir haben jetzt tatsächlich die Jax zur Verfügung. Das sind diese Kampfflugzeuge, die wir hier haben. Und, äh, ja, die Russen haben noch ein anderes Flugzeug, das wir im Laufe der Zeit dann auch noch zu sehen bekommen werden. Jetzt schnappen wir uns erstmal die Genossen hier, wollte ich schon sagen. Und stürzen uns einfach mal auf die getarnte sowjetische Basis. Ja, alles klar. Auf die getarnte alliierte Basis. Also die Alliierten sind unsere Gegner. Also zwei völlig neue Fraktionen, die es vorher nicht gab im Convention-Cockware-Universum. Vorher hatten wir ja Norden-GDI. Und, äh, ja, aber einige vertraute Einheiten aus dem Tiberi-Konflikt sind wieder dann mit dabei. Wie zum Beispiel die Schützen oder die Grenadiere. Und der Jeep hier, der erinnert mich immer so ein bisschen an die Kampf-Buggys und die Fliegejäger. Die ja beide Seiten zur Verfügung hatten damals. Also wie gesagt, das Prinzip ist dasselbe. Gebäudebau, seht ihr ja hier. Wir können verschiedene Gebäude bauen. Dann müssen wir Rohstoffe sammeln. Allerdings dieses Mal kein Tiberium, sondern tatsächlich Erz. Und, äh, ja, die typische Aufgabe bei Convention-Cockware ist einfach alles platt machen. Und, äh, ja, kommandieren und erobern. So heißt es ja auch irgendwie auf Deutsch. Und, äh, ja. Ich schicke jetzt einfach mal die, äh, Jax gegen die Bunker hier los. Also die Fässer, die sorgen dafür, dass die Objekte schnell in die Luft fliegen. Und die erste Mission, ihr seht das ja hier, das ist eigentlich eine ganz einfache Füße. So. Wunderbar. Damit haben wir die erste Mission schon mal in der Tasche. Ich werde das übrigens zwei Stunden am Stück aufnehmen wieder. Also im Gegensatz zu CTR. Aber CTR war für mich ziemlich anstrengend, muss ich tatsächlich sagen. Gerade so in einigen, in einigen Leveln war es doch ziemlich aufwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. CTR ist durchgespielt. Und, äh, wir sind jetzt hier bei Command & Cockware. Dem letzten Spiel des siebten letzten Nackens übrigens. Und, äh, gestern kamen ein 100 Abokreffel raus. Gestern Abend. Und es kam bisher sehr gut an bei euch. Das freut mich wirklich sehr. Und jetzt gehen wir nach Deutschland. Gratuliere zu diesem Auftrag, Commander. Ich bin Hauptmann Georgi Kukow. Kommandeur der Gefechtseinsätze in dieser Region. Hinter diesem Fluss liegt Deutschland. Morgen beginnt unser Angriff. Heute schieben sie erstmal Wache. Bewachen sie die Basis und das Befehlszentrum. Und zwar mit ihrem Leben. Die Alliierten kommen unseren Stellungen immer näher. Achten sie auf Hinterhalte. Wenn es zum Kampf kommt, sind sie ausdrücklich zu einem Gegenangriff ermächtigt. Wir sehen uns dann in Berlin. Okay. Also meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass das ja im Zeitraum des Zweiten Weltkrieges spielt. Nur eben halt nicht, dass der von Deutschland ausgelöst wurde, sondern von den Russen. Also wir sind die Aggression tatsächlich. Und hier gab es schon zwei Punkte, die mich ein bisschen verwirrt haben am Anfang. Und zwar folgendes. Erstens. Wir haben keine Raffinerie. Das ist schon mal der erste Fehler. Und zweitens. Welchen Rang haben wir denn so? Äh, zuerst heißt es, ja, sind wir ganz brauchbar, Leutnant. Und jetzt heißt es auf einmal, ja, Commander. So, hä? Was sind wir denn jetzt? Sind wir Commander? Sind wir Leutnant? Was denn so? Entscheidet euch doch mal. Gut, wir werden jetzt erst mal die Alliierten abwehren. Ihr seht auch, die Farbe hat sich geändert. Also die Alliierten bestehen tatsächlich aus mehreren Farben. Äh, die Russen eigentlich auch, aber hauptsächlich werden wir als Russe hier alleine unterwegs sein. Genauso wie es ja eigentlich auch hauptsächlich bei den Alliierten der Fall wird. Wachst du es mal auf? Ja, ich verschäm dich. Ab in die Grube mit dir. Gut, okay. Dann werden wir jetzt erst mal dafür sorgen, dass wir ein paar Sammler haben. Ein oder zwei Sammler dürfen ja genügen. Und dann werden wir uns darauf feststellen, dass unsere rote Armee ein bisschen größer wird. Denn ja, wir kontrollieren ja jetzt die rote Armee. Und wie gesagt, das Prinzip ist das übliche wie bei, äh, Tiberium-Konflikt. Äh, Raffinerie wird gebaut, Sammler geht an die Arbeit. Beziehungsweise hier heißt er ja offiziell Erztransporter. Äh, aber für mich steht es trotzdem weiterhin Sammler. Prinzip ist übrigens auch dasselbe. Der Sammler kostet normalerweise 1400, die Raffinerie 2000. Also 600 ging gerade noch die Raffinerie drauf. Der Rest, hehehe, für den Sammler. Ähm, ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, es gibt einen Unterschied. Ich habe ja Schwierigkeitsgrad normal gewählt. Würden wir tatsächlich auf den Schwierigkeitsgrad leicht spielen, würden sich tatsächlich die Kosten der Gebäude und der, äh, Einheiten ändern. Und zwar zum Vorteil. Die würden also günstiger werden. Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil, ja, ich spiele lieber gerne auf Nummer 1. So, jetzt wollen wir nochmal eben ein weiteres Kraftwerk. Die Kraftwerke haben dieselbe Aufgabe wie beim letzten Mal, versorgen also unsere Basis und auch unsere Basisverteidigung mit Energie. Und jetzt bauen wir eine Kaserne. Übrigens, es gibt keine speziellen Kasernen. Also sowas wie die Hand von Nordschütze nicht. Die sehen hier einfach ganz normal aus. Also so wie die UGGI-Kaserne. Nur die, äh, Soviet-Kaserne und die, äh, Alliierte-Kaserne unterscheiden sich nur geringfügig. So, und dann wollen wir jetzt erstmal ordentlich schützen. Normalerweise würde hier tatsächlich auch Cyborg stehen. Aber dank des Patches, das ich ja drauf habe, was übrigens auch für die Katze entsorgt, ähm, fällt der Begriff weg. Also es sind hier eigentlich Soldaten, aber durch die Zensur, die hier eigentlich greift, ist es auch gleichzeitig Cyborg. Und hier ist es so ein kleiner Kompromiss. Sie werden als Menschen dargestellt sind, aber eigentlich Cyborgs. Ja, das ist kurios. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend. Und, ja, und wie gesagt, wir können hier als Stacheldraht einen Zaun bauen. Das sind die Dinger hier. Wir brauchen hier auch tatsächlich wieder Silos. Also hier gibt es den üblichen Satz, wir benötigen Silos. Der Flammenturm ist die Basisverteidigung, der so angreift wie die Flamme der Läuterung. Also Tiberium-Konflikt. Und der Hundezwinger, der ist tatsächlich neu. Da können dann nämlich unsere Terminator-Wachhunde rekrutiert werden, die normalerweise dafür da sind, um Spione abzuwehren. Denn ja, hier gibt es Spione. Aber die KI setzt eigentlich nie so wirklich Spione ein im ersten Teil. Liebfalls habe ich das noch nie erlebt, dass sie einen Spion einsetzen. Die Kommandozentrale eigentlich beschädigt ja ein bisschen minimal. Wir könnten theoretisch auch Jax bauen, aber hier spare ich mir das. Das Flugfeld hier, das hat ja im Tiberium-Konflikt tatsächlich bei Notz die Funktion als Fahrzeugproduktion zu dienen. Hier ist es lediglich für Flugzeuge da und für zwei oder drei besondere Aktionen. Sprich, ähm, ja, ich werde es nicht verraten, ihr werdet es ja nachher noch sehen. Falls ich die Alliierte-Kampagne nicht schon gesehen haben sollte, dann wisst ihr nämlich, äh, definitiv, was es da gibt. Ich rekrutiere jetzt erst mal, das geht nicht mehr. Das habe ich übrigens nicht angesprochen. Äh, was nämlich neu ist, äh, wenn die Kaserne fünf Leute rekrutiert hat, die stehen direkter Vorteil, teilen die sich auf. Das war damals beim Tiberium-Konflikt nur bei der KI so. Bei unseren war es nicht der Fall. Ihr seht es jetzt, da waren fünf und vier von denen haben sich gleich in Bewegung gesetzt. So, gut. Ich habe euch jetzt gerade ein bisschen zugelabert. Jetzt bin ich einfach mal kurz ein bisschen ruhiger und ich trinke währenddessen erstmal was. Goll auf euch, auf meine über 100 Abonnenten und Zuschauer. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr mir weiterhin gewogen werdet. Bereits zum Einsatz. Sehr gern. Sofort. Die können wir mal zur Verteidigung hinzufügen. Wird gebaut. Einheit. Also bei den Raffinerien ist es so, dass sie tausend, äh, einheiten Erdsel lagern können. Also um die tausend, ich glaube auch 1500. Und dann noch, und das, und die Erdselos, die erhöhen nochmal die Lagerkapazität. Ich bin mir echt nicht genau sicher, wie viel Einheit sie lagern können. Ich glaube, bei Alarmstufbrot ist das anders geregelt als bei Tiberiumkonflikt. Und ich glaube auch, ich weiß, ich glaube sehr viel, äh, die Erztransporte bringen auch tatsächlich ein bisschen weniger nach Hause als im Tiberiumkonflikt. Also im Tiberiumkonflikt kriegt man immer 700. Nicht meinen, dass das bei den, dass das hier ein bisschen anders geregelt wird, aber das können wir ja gleich mal beobachten. Nö. Nö, das waren auch 700. Einheit bereit. Es gibt hier übrigens noch was anderes außer Erz, das sind nämlich die Edelsteine. Und die Edelsteine bringen richtig Kohle. Später in Tiberium-Universum kommt nämlich auch was dementsprechend, dass das sowas richtig mit Kohle bringt. So, jetzt gehen sie nicht mehr weiter. Jetzt bauen sie sich da hin. Okay. Klar. Einheit bereit zu verkaufen, tatsächlich, das geht. War ich nie ausprobiert. Einheit bereit wird gebaut. Ich ehrlich bin nicht. Ich glaube auch, dass ich keine Mauern bauen werde, großartig. Ich werde mich eher auf den Bau... Was macht ihr denn da? Sie wissen gar nicht, wo sie hin, boah. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Ah, frisst, warum was ich hin? Einheit bereit wird gebaut. Einheit bereit wird gebaut. Aber meine Soldaten hier ein bisschen untertropft werden. Das sieht lustig aus. Soldaten-Wanderung. Einheit bereit wird gebaut. Einheit bereit wird gebaut. Also ihr seht, die Kasern ist jetzt gerade ziemlich voll. Jetzt seht ihr es auch. Da steht jetzt einer davor, weil der nicht mehr weiter kann. Leider nicht möglich. Es ist nicht mehr. Die Produktion ist also voll. Das wird dann jetzt Gruppe 2 und Gruppe 2 marschiert vorwärts, Freunde. Ich baue übrigens keine Grenadiere. Das hat einen bestimmten Grund. Denn die Grenadiere haben die Gefahr einer sogenannten Kettenreaktion. Bedeutet, wenn wir mehrere von denen haben und einer von denen wird gekillt, kann es passieren, dass die anderen mitgekillt werden. Durch die Explosion, die der andere verursacht hat. Wir haben kein Herz mehr. Weiße. Fuck. Nicht gut. Fahrt man auch unten. Ich glaube, das war noch nicht. So schnell kann das gehen mit den Erzfeldern. Es gibt bestimmt tatsächlich bestimmte Felder, die beim Spawnen helfen. Hier oben ist das jetzt nicht der Fall. Aber normalerweise gibt es die. Also das ist immer teils, teils. Es gibt mal Felder, da kommen sie nicht vor. Und dann gibt es mal Felder, da kommen sie vor. So. Okay. Alliierte Einheiten und Gebäude zerstören. Jawohl. Das ist die einfachste Aufgabe, die es hier gibt. Finde ich zumindest. Wir machen jetzt einfach mal mit unserer roten Armee vor. Hier haben wir so eine kleine Flussinsel und diesen roten Jeep. Ja, diesen Allianz Jeep, der ganz schnell... Warum kommt die nicht mit? Habt ihr keinen Bock oder was? Hier gibt es keinen Bock. Ach, vorwärts! Voll in unten! Oder hab ich das Limit? Das muss gar nicht sein. Seid ihr die eiserne Reserve, wo ihr seid hinten? Jawohl! In Ordnung! Vorwärts! Überrennt sie! Ja, Sir! Ja, Sir! Sofort! Bereit zum Eisner! In Ordnung! Ja, Sir! Macht sie fertig! Das ist übrigens die Waffenfabrik. Beide Seiten haben sie, aber die Technikbäume unterscheiden sich in beiden Fahrzeugen. Also, die Sowjets haben tatsächlich keine Jeeps und auch keine BMWs. Also, die Allianz haben ja BMWs, haben die Russen nicht. Die Russen haben dafür aber andere Werkzeuge, Werkzeuge, andere Fahrzeuge, die durchaus im Vorteil sind. Vor allem, da die Fahrzeuge der Sowjets tatsächlich auch schwerer sind als die der Allianz. Und ich kriege Verstärkung, weil wir das Radar ausgeschaltet haben. Bestimmt! Sehr gern! Verwarten ihre Ordnung! Also, es ist eigentlich dasselbe. Also, ist die Kaserne zerstört, gibt's keine Cyborg-Produktion mehr. Ist die Waffenfabrik zerstört, gibt's keine Fahrzeug-Produktion mehr. Ist der Bauhof zerstört, gibt's keine Gebäudeproduktion. Und das sind die Verteidigungsgebäude, die sehr effizient gegen Fahrzeuge sind tatsächlich. Denn die Bunker ja eher gegen Fahrzeuge ausgerechnet sind. Äh, die Bunker ja eher gegen Cyborg-Ausgerechte sind. Mein Gott, wir werden zu handeln. Ich bin übrigens an einem Abend auf. Ganz spontan, ich hab heute ziemlich viel geschaffen tatsächlich. Was ich mir vorgenommen habe, finde ich sehr gut.